Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. November 2023, der letzte Tag vom November. Der Tag, der uns der Bund schon lange, lange, lange gewarnt hat vor der nächsten Schnee-Apokalypse. Ich muss sagen, es ist ja wieder lächerlich. Es ist einfach ein bisschen die Flotsche. So sind wir aufgewachsen und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Aber jetzt haben wir sogar Bundesbeamte, die nichts Scheines zu tun haben, als über die Flotsche uns zu unterrichten und zu warnen. Und alle müssen Angst haben, weil da die Flotsche ist. Gut, ist ja gleich. Der Alain Berset, unser Lieblingsbundespräsident, hat ein Interview gegeben im Tagesanzeigen. Dominik, es sind hier die wichtigsten Erkenntnisse. Ja, der Alain Berset geht zum Gegenangriff rüber. Und zwar so, wie es einer macht, wenn er wirklich verrückt ist und wenn er wirklich um seine Reputation, auch ein Stück weit um seine Geschichte, glaube ich, kämpft. Er gibt zwar zu. Natürlich hat er gewusst, dass es Kontakt gab, zwischen seinem Informationschef, dem Peter Launer, und dem Ringje, CEO. Aber das sei überhaupt nicht um Indiskretionen gegangen. Im Gegenteil, dort sei es nur darum gegangen, zum Beispiel eben positive Sachen auszuarbeiten. Also wie wir in grossen Unternehmen impfen, zum Beispiel. Das haben wir besprochen, weil Ringje eben auch ein grosses Unternehmen sei. Und er kritisiert die Geschäftsprüfungskommission extrem scharf. Also so etwas habe ich wirklich gerade noch nie gelesen. Weil die haben nur bei ihm geschaut. Und sie haben ja nichts gefunden, obwohl sie alle Mails von den letzten 29 Monaten angeschaut haben. Und trotzdem machen wir jetzt so ein Sprimborium drum und tun faktisch ihm die letzte Karte zeigen. Ja gut, also wir haben es ja schon immer gesagt, Alain Berset hat wirklich Nerven. Also wirklich, der hat Nerven. Er weiss ganz genau, dass niemand mehr jetzt genau hinschaut, weil alle wissen, er geht. Auch die Journalisten übrigens. Und dass sehr viele Geschichten auch nicht gemacht worden sind, über ihn, weil man gewusst hat, ja er geht ja sowieso. Und auch die EPK hat ihn wahrscheinlich eher geschont, weil man gewusst hat, er hat ja sowieso den Rücktritt bekannt gegeben. Aber auf Deutsch schon deutlich. Ich meine, das ist ein frecher Sieg. Ich meine, warum ring ich? Also ich meine, wenn er sagt, die Grosskonzerne müssen da speziell behandelt werden, wieso ist denn Novartis und Roche und die UBS nicht speziell behandelt worden? Wieso hat er mit denen nicht eine Standleitung gehabt? Warum hat der Peter Lauer noch nicht regelmässig den Novartis angerufen? Es ist doch also Mundpitz. Und ich meine, dass er, und das finde ich wirklich, da hat er einfach Kutzpah, dass er so unglaublich und unverfroren behauptet, dass er hier nie an irgendetwas, an wirklich wichtigen Indiskretionen aus dem Bundesrat geflossen, an der Ringier, und vor allem hat er gar nichts gewusst vom Inhalt. Mein Gott. Also er kann sich das nur leisten, weil er ganz genau weiss, niemand, niemand tut jetzt nach wahnsinnig widersprechen, weil alle wissen, er ist sowieso vorbei. Ja, und das Verrückte ist auch noch, er dreht auch den Spiesum gegenüber seinen Kollegen. Also er sagt, es stimme ich nicht, dass er die Indiskretion gemacht hat. Du erinnerst dich, in der Corona-Pandemie die Indiskretion jeweils am Vortag, wo dann bekannt worden ist, was der Bundesrat will. Und es ist erwiesenermassen, ich habe mehrere Quellen, die dabei waren, die sagen, dass nachher der Alain Berset in der Bundesratssitzung gesagt hat, ja, jetzt müssen wir das so beschliessen, sonst, weil es ja schon bekannt ist, und sonst fallen die mir sozusagen in den Rücken. Er sagt, ja, diese Indiskretion, die hätte nicht er gemacht, sondern das seien kritische Mitberichte als Edi gewesen. Und das zeige ja, dass die anderen Departementen das herausgelassen haben. Er hatte gar kein Interesse, diese Indiskretionen, weil immer wenn das passiert sei, die Bedrohungen gegenüber ihm und auch gegenüber seiner Familie noch grösser worden seien. Ja, wir können mit Tränen. Und ich meine, lustig ist ja, dass der Bundesrat dann immer schön so entschieden hat, wie er es eigentlich wollte. Die Indiskretionen haben immer er genutzt. Es ist auch lustig, dass die Mitberichte von anderen Departementen nach er ihm auch noch nützen sollen. Nein, also das ist alles Mumpitz, Unsinn, die Hälfte falsch, die andere Hälfte gelogen. Also eben, ich betone es, er hat wahnsinnig Nerven, aber es ist in dem Sinn, du hast es vorher gesagt, es ist auf eine Art auch die Verzweiflung von jemandem und ich sage es noch einmal, ich habe es schon ein paar Mal geschrieben. Das war ein grosses Talent, ein grosses politisches Talent und er hat nichts daraus gemacht. Er hat nichts gemacht, er ist jetzt über 50 und muss sich fragen, was habe ich eigentlich hinterlassen in dem Land? Er hat eine riesige Chance gehabt, er hat einen unglaublichen Einfluss gehabt in dem Bundesrat und abgesehen von der Corona-Zeit, in der er eine wichtige Rolle gespielt hat und in der er auch nicht alles falsch gemacht hat, aber auch nicht alles richtig, muss man auch sagen, aber abgesehen von dieser Zeit hinterlässt er gar nichts, obwohl er ein riesen Talent ist, wie man ja jetzt auch irgendwie merkt, wo jetzt die Nachfolger auftreten, der John Pult, ein unglaublich junger, ewiger Student und der Beat Jans, Jans auch, ein ewiger Student, einfach sehr viel älter. Das ist der Berser schon eine andere Klasse und er ist wirklich ein anderes Kaliber, aber nichts hat er eigentlich erreicht. Ja, es bleibt halt vor allem wenn die Geschichte an ihm hängen und er kämpft jetzt um sein Überleben, das ist irgendwo durch verständlich. Am meisten schiesst er übrigens den Ueli Murer an, weil der hat gemäss dem Bericht von der Geschäftsprüfungskommission gesagt, er giebe am Schluss sogar die Mitberichte an Berset, also als Edi hat er selber verfasst, damit es keine Leaks gäbe. und das muss man natürlich am anderen Berset nicht zweimal sagen, er tut den Spies um kehren und sagt, wenn behauptet wird, ein Mitglied des Bundesrates habe aus Angst vor Indiskretionen Mitberichte selbst verfasst, wie es im GPK-Bericht heisst, dann ist das vor allem ein Misstrauensvotum gegen das eigene Departement, dass also die Sachen dann eben damit geschickt. Das ist wirklich super, vor allem wenn man das Departement von Ueli Maurer kennt, Ueli Maurer hat nicht alles richtig gemacht und auch die Personalpolitik hat da durchaus Fehler gemacht, aber Loyalität ist in seinem Departement nicht ein grosses Problem gewesen, muss man jetzt auch mal sagen. Nein, es ist ja unglaublich, die Mitberichte kommen ja zuerst ins Edi und es ist ja völlig klar, dass im Edi ich kann es machen mit den Mitberichten, die du willst. Es ist insofern an der Trag ist, weil Ueli Maurer, das weisst du auch, hat uns ja auch erzählt, er sei eigentlich mit Alain Berset doch am Schluss gleich am besten ausgekommen, weil wir mit dem haben ja noch einen Witz machen können. Es zeigt auch wieder noch einmal zum letzten Mal das Talent von Alain Berset, wenn du angegriffen wirst, wenn sie dich kritisieren, wenn sie dich verurteilen und verdammen, verdammen ist immer gut, wenn er einfach zurück ist. Da hat er schon recht. Da hat Donald Trump gemacht das auch so, da hat er völlig recht. Der Christoph Blocher hat es auch immer so gemacht. Ich bleibe dabei, ein grosses Talent und gar nichts erreicht. Nicht, nichts, nichts erreicht. 50 und nichts erreicht. Das ist traurig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, den Güterverkehr. Der Güterverkehr soll noch weiter ausgebaut werden. Um was geht es da, Dominik? Ja, der Bundesrat will die Bahn im Güterverkehr durch die Alpen weiter stärken. Er hat darum zusätzliche Subventionen beschlossen, die insbesondere für kürzere Strecken, also unter 600 Kilometer, dann zugut kommen, damit sie mehr Subventionen bekommen, damit mehr Alpenverkehr auf die Bahn verleiht wird. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich das einfach auf der Bahn eigentlich sonst nicht lohnt. Und woher soll das Geld kommen? Aus einer Erhöhung oder eben im Neusprech von der Bundesverwaltung, Anpassung der LSVA, also der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, die soll um 5% angehoben werden. Und unser Ramon Ecker hat das einfach kurz zusammengefasst, zu was das führt. Das ist einfach klar. Höhere Abgaben für Lastwagen, das bedeutet höhere Preise für Konsumenten. Genau, und das ist wieder mal so ein typisches Beispiel, wo der Staat zuerst etwas macht, dann funktioniert es nicht und dann gibt es noch mehr Staat, weil der Staat das ja so gut gemacht hat. Ich meine, die SBB hat jetzt seit Jahren es nicht geschafft, dass der Güterverkehr irgendwie gut funktioniert und rentabel ist und vor allem konkurrenzfähig ist gegenüber den Lastwagen, könnte man ja auch mal einmal zur Einsicht kommen, vielleicht ist die SBB auch der falsche Anbieter. Man könnte ja auch mal sagen, den guten Verkehr können wir ja einfach mal ins Ausland verkaufen und schauen, ob die Vietnamesen das besser können oder dinder. Also das ist mal das Erste. Und das Zweite, du hast es erwähnt, die kurze Strecke ist eigentlich einfach nicht interessant für den Bahnverkehr. Und in der Schweiz ist erstens mal das Land so. Also schon klein, deshalb ist die Bahn nur beschränkt interessant und am besten wäre eigentlich die Bahn natürlich für den ganzen Nord-Süd-Handel und da ist halt das Problem nicht Italien, sondern vor allem Deutschland, wo sie die Jahre zögert, verzögert, dass endlich die Reinstrecke so ausgebaut wird, dass eigentlich die Neat überhaupt einen Sinn macht. Ja, das ist so. Und am Schluss muss man wirklich sagen, die beiden Systeme, Strasse und Bahn, die sollen wirklich in einem Wettbewerb stehen miteinander, so dass es letztlich die günstigste Variante funktioniert und da dazu, wenn man da braucht, es nicht Subventionen, sondern das Gegenteil, man muss schauen, dass es diese Subventionen nicht irgendwie den Wettbewerb verzerrt, weil die Rechnung von dem eben landet immer bei uns im Portemonnaie. Genau, und da muss man auch wieder mal sagen, Albert Rösti, das ist ja eigentlich dein Dossier, bitte, bitte schauen. Da muss man auch mal einen Paradigmawechsel herbringen, weil der Guteverkehr, der ist im Ehelein schon seit langer, langer Zeit und es wird nie, nie besser. Wenn wir noch etwas nachentragen zum Pandemiengesetz, wo wir gestern den Bundesrat über den grünen Klee gelobt haben, ja, haben wir es vielleicht ein bisschen vorschnell gemacht? Dominik, was ist da zu sagen? Ja, ich glaube, oder ich habe zwar Medienmitteilungen gelesen, aber eben die wichtigen Sachen stehen dort nicht drin. Wenn man tiefer reingeht, dann findet man zwar, da bleibe ich dabei, es ist gut, oder dass man genauer definieren will, wie, dass die drei Stufen, normale Lage, besondere Lage, ausserordentliche Lage ausgerufen werden. Das ist im jetzigen Epidemiengesetz nicht gut. Es ist auch richtig, dass nicht die WHO das in der Schweiz machen kann, sondern dass es eine Schweizerbewertung gibt, da bleibe ich auch dabei. Aber eben die Kompetenzen, die werden schon ausgebaut und da gebe ich gewisse auch Kritiker, die uns geschrieben haben, auf redaktion.nebelspalter.ca. Es ist auch ein bisschen so, oder? Also Zertifikatspflicht zum Beispiel, die einführen, das tut man überholen, oder? Das Epidemiengesetz, das ist natürlich schon eine heikle Sache. Oder auch die Maskenpflicht und die Massnahmen und so, es macht auch den Arsch ein, dass es ein zentralistisches Monster wird, oder? Und ich glaube, gerade auch bei Pandemien, das hat man viel zu wenig gemacht, dass die Kantone letztlich eben für ihre Situation Entscheidungen getroffen haben und letztlich eben ihre Lage irgendwo durchgerecht worden sind und dass es auch einen Wettbewerb um gute Corona-Politik gegeben hat. Das ist durchaus so, dass das in diesem Epidemiengesetz, wie es jetzt in Vernehmlassung gegangen ist, vermutlich nicht der Fall ist. Genau, und das gehört natürlich auch ein bisschen zu der Hinterlassenschaft von unserem Lieblingsbundespräsident Alain Berset. Ich meine, eben gerade das Zertifikat ist ja eines der problematischsten Massnahmen gewesen, die überhaupt da getroffen worden ist. Aus meiner Sicht vollkommen falsch. Man sollte die Leute einfach nicht zwingen. Vor allem, wenn wir jetzt wissen, dass die Impfung ja nicht über jeden Zweifel erhoben war. So fantastisch ist sie jetzt auch wieder nicht gewesen. Das hätte man freiwillig lassen müssen. Wir haben uns impfen lassen. Ich hatte kein Problem damit. Ich finde, nach wie vor die Impfung war gut, aber sicher nicht der Zwang. Sicher nicht, dass man jeden faktisch dazu hätte bewegen oder eben nötigen, dass er sich impfen lassen würde. Gut, wir müssen jetzt einen kurzen Unterbruch machen, weil wir schon wieder einmal einen Geburtstagswunsch verpasst haben. Wir hätten gestern eigentlich sollen dem Marc gratulieren. Der Marc, so höre ich von seiner Schwester Jolanda, sei ein riesen Fan von Bern einfach. Das ist sehr erfreulich. Das tut uns natürlich motivieren. Und deshalb würden wir jetzt auch herzlich gratulieren mit einem Tag. Verspätung ist natürlich peinlich, aber wie es jetzt so peinlich ist, machen wir noch etwas Peinliches. Wir singen noch Happy Birthday. Dominik, bist du bereit? Ja, ich schaue, ja, probiere es. Gut, also es ist nicht so schwierig. Wir können das und du bist ja der bessere Sänger als ich. Auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Marc. Happy Birthday Day to you. Gut, das war der Gruß an Marc. Ihr könnt jederzeit solche Wünsche euch wünschen, aber es kostet natürlich 3'000 Franken. Das ist klar. Jolanda tut uns das jetzt gerade frisch überweisen. Danke vielmals. Nein, Spass beiseite. Wir gehen zu einem nächsten Thema. PC-21 Trainingsflugzeug. Ja, was ist da neu? Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, die passiert ist. In Emmen ist gestern bei der Landung ein PC-21 von der Schweizer Luftwaffe von der Piste abgekommen und abgestürzt eigentlich. Also das sieht ziemlich kaputt aus. Die beiden Piloten drin sind mit Schleudersitz ausgestiegen und das Interessante ist, beim Flugschüler handelt es sich um einen Pilot der deutschen Bundeswehr. Genau, das tut uns natürlich leid. Wir wollen nicht, dass Piloten der Bundeswehr zu Schaden kommen. Der ist glaube ich auch nicht zu Schaden gekommen. Er hätte ja mit dem Schleudersitz raus können. Das ist gut, aber es ist natürlich immer eine teure Sache. Und es zeigt einfach, und das meinen wir jetzt nicht ironisch, es zeigt einfach, unser Gelände ist schwierig und unsere Luftwaffe, ja, die hat nicht von ungefähr einen guten Ruf, weil es ist nicht so einfach in den Bergen zu fliegen. Wir wissen, wir können uns erinnern, dass ein anderes Flugzeug, dass sogar ein deutsches Flugzeug, ein Kampfflieger bei uns auch in den Berg geflogen ist. Weisst du noch, um was es da ging, ist, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ja, ich glaube, das ist etwa zehn Jahre her und es ist, er hat so eine Runde gemacht, das ist abgesprochen gewesen mit der Schweizer Luftwaffe und er hat die, ich glaube wirklich das Hinderste im Berner Oberland, im Luterbrunnetal, hat er hochgezogen, oder? Und das muss man sagen, man muss da steil drauf und dann hat er einfach nicht hochgekommen und ist irgendwo da oben in der Wand. So gut, also, da können wir nichts machen, es tut uns sehr leid, aber es zeigt einfach noch einmal, unsere Topografie ist seit dem 14. Jahrhundert für alle, die das Land erobern wollen, eine Knacknuss und deshalb, selbst wenn sie hier kommen, trainieren, müssen sie noch einiges lernen, das ist offensichtlich. Gut, wir kommen zum letzten Thema, Henry Kissinger ist gestorben, im Jahr, im Alter von 100. Henry Kissinger war ursprünglich ein Deutscher, ein deutscher Jude, geboren in Erlangen, glaube ich, oder in Fürth, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ist ja gleich, ich glaube wahrscheinlich in die Fürth, in der Fürth, also das ist gerade in Nürnberg, hat dann mit seinen Eltern fliehen vor den Nazis, ist auf Amerika gekommen und hat eine spektakuläre Karriere hingelegt, ist dann Sicherheitsberater worden unter dem Nixon, zuerst Professorin Harvard, nachher Sicherheitsberater, nachher Aussenminister, das gibt es ganz selten, dass jemand nationaler Sicherheitsberater wird und nachher noch Aussenminister, hat die Aussenpolitik von Amerika ein paar Jahre lang massiv geprägt, hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen, weil er angeblich den Frieden herbeigeführt hat in Vietnam, angeblich sage ich jetzt nicht aus Zynismus, sondern einfach, das ist umstritten, ob es überhaupt gut war und das zweite grosse Thema, das er hatte, als Aussenminister, ist die Anhöherung von den USA an Rotchina, das ist auch ein Gou gewesen, seither, nach dem Gerald Ford, ist er nie mehr in den Samen gekommen, sondern hat wirklich als Consultant viel, viel, viel wichtige Leute und grosse Unternehmen und auch Politiker natürlich beraten, hat wirklich Jahrzehnte lang als einer der besten Kenner der Geopolitik Golten. Dominik, was fällt dir ein zum Henry Kissinger? Ja, es ist eine wahnsinnige Figur, es ist eine von denen wahrscheinlich die letzte, die das kurze Jahrhundert vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges gelebt haben, also vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Kalten Krieges noch weit darüber aus hat er gelebt, noch weit darüber aus hat er gute, spannende Bücher geschrieben, wahnsinnig umstritten, insbesondere links, da sieht man in ihm ein furchtbarer Kriegsverbrecher, wo man ständig eigentlich vor ein Tribunal bringen müsste, weil er hat auch den Einfluss von den USA eigentlich immer für positiv erachtet. Der Gou in China hat insbesondere natürlich zum Ziel gehabt, mit China gut auszukommen, damit man eine Alternative hat zur Sowjetunion und die Sowjetunion letztlich allein dort steht. Das ist ihm gelungen, er ist aber auch auf der republikanischen Seite nicht unumstritten gewesen, Ronald Reagan hat glaube ich nicht viel von ihm gehalten, du hast es erwähnt, darum hat er auch keine Posten mehr bekommen. Und was mir dann auch noch dazu einfällt, das ist der berühmte Begriff der Realpolitik. Das ist in der heutigen Zeit glaube ich schon noch speziell. Er ist ein Typ Politiker, der klar gesagt hat, Aussenpolitik muss sich an den realen Machtverhältnissen, an den Interessen der Länder ausrichten und nicht irgendwelche Luftschlösser verfolgen. Das bleibt von ihm auch und das ist glaube ich auch ein guter Ratgeber für heutige Aussenpolitik. Realpolitik ist sicher richtig, gleichzeitig muss ich sagen, ich bin nicht so ein Fan von Henry Kissinger eigentlich nie, ich habe immer ein bisschen gefunden, das klingt jetzt ja ein bisschen arrogant, aber irgendwo habe ich immer gefunden, so wahnsinnig beeindruckend war, was er zu Politik gesagt hat, ich finde er ist teilweise auch recht überschätzt worden. Du hast gesagt, die Linken haben ihn für ein Kriegsverbrecher gehalten, kann man wahrscheinlich sogar so argumentieren, Christopher Hitchens das ist ein Linken Schultz war, den ich aber sehr sehr schätze, hat ein ganzes Buch geschrieben darüber, aber das finde ich wieder das Hauptthema, so ein anderes Thema, das viel interessanter ist, ist schon im Rückblick, oder ist es eigentlich gut gewesen, dass China so aufgebaut hat, ich meine, jetzt sieht man, was eingeführt hat, also da kann man sich fragen, ist die Hinterlassenschaft gut, zweitens der Vietnamkrieg, ich finde die Amerikaner haben den nicht gut beendet, sie hätten eigentlich gewinnen, auch das war eher ein Fehler, ich bin nicht so Fan, und das dritte, was ich auch stark betonen, er ist gerade in den Republikanern, das ist dann eben wirklich vergessen, er war nicht beliebt, er war nicht mehr beliebt, du hast gesagt, Reagan, aber auch Bush, Vater und Sohn, haben nichts von ihm wissen, Donald Trump wollte, er ist im republikanischen Establishment eigentlich nachher nicht mehr wahnsinnig ernst genommen worden, weil man halt auch gefunden hat, der Mann kann auch gut reden, er weiss viel über Geschichten, er ist sicher gescheiden, hat ein unglaubliches Charisma gehabt, gar keine Frage, hat eine unglaubliche Erfahrung gehabt, wie du es erwähnt hast, hat wirklich die schlimmsten Zeiten der europäischen Geschichte auch erlebt, hat das gekannt, aber irgendwie eben, muss ich sagen, so wahnsinnig beeindruckend war, jetzt im Ukraine-Krieg hat er auch so meiner Meinung nach komisch laviert, zuerst so plötzlich gesagt, wir müssen einen Waffenstillstand machen, nachher hat er wieder das Gegenteil gesagt, er ist immer anschlussfähig gewesen in dem Establishment von den linksliberalen Medien, die er natürlich gerne zitiert hat, weil er als Republikaner geholt hat, aber er ist eigentlich nicht so ein wahnsinniger Republikaner gewesen, so ein wahnsinniger Hardliner war er nicht, er ist immer so ein kleiner vernünftiger Demokrat gewesen, deshalb haben sie ihn auch gerne gehabt in den Mainstream Medien, aber trotz allem natürlich ein grosses Leben, ein interessantes Leben, es gibt niemanden wahrscheinlich, der berühmt ist, der Kissinger selber nie getroffen hat, das ist eine Lebensleistung und wenn man sich vorstellt, das war ein einfacher Immigrant, der Vater war Gymnasiallehrer in Deutschland, ein Studienrat, was in Deutschland viel wert war, aber in Amerika war das gar nichts mehr wert und der Kissinger, der junge Kissinger hat doch sich in Amerika völlig neu erfinden, er hat eine unglaubliche Karriere gemacht, mit seiner Intelligenz, mit seiner Eloquenz, mit seiner guten Nase, für wichtige Leute, er hat ein unglaubliches Netzwerk aufbauen, schon als Professor in Harvard und eben, wie schwer, dass ihm das alles gefallen ist, ich meine, bis zum Schluss hatte er wirklich einen dicken deutschen Akzent hatte, er hat nie, also perfekt Englisch können, selbstverständlich, aber doch, immer den Akzent behalten, er ist ein Flüchtling geblieben und von dem her beeindruckende Lebensleistung, trotz allem. Ja gut, das ist Bern einfach von dem 30. November 2023, Dominik Fäusi und Markus Zomm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast und uns weiterempfehlen, euren Freunden von uns erzählen und vor allem uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach gesponsert von SwissLife, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.